Ähm, Moment, wieso? Hä? Spiel verwirr mich nicht? Oder muss ich die Quest noch... So. Jäger gejagter. Ne, das wollen wir ja gar nicht. Das große Graben trifft die Gang bei der Grabung. Auf Karte zeigen. Ach da, das ist wieder ein Gang... äh, ein Gangneighbor, ja. Das ist wieder ein Goodneighbor, okay. Boah, was haben wir denn hier? Äh, 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 nein, äh, falsch. So, was haben wir denn da? Gehe zum toten Briefkasten. Hm. Ne, das machen wir jetzt noch nicht. Das oder das? Äh, ich baue mal, ich gehe mal Mila aufbauen. Ich glaube, wenn wir hierhin reisen, wäre das eigentlich ganz gut. Dann machen wir erst das eine, bauen wir Mila auf und dann gehen wir zur großen Grabung. Wollen die sich echt von da oben, das fällt mir gerade auf, wollen die sich echt von da oben bis runter nach Diamond City graben? Ich meine, warum hat denn, warum hat denn Bobby nicht einfach da gewartet, wo wir waren? Oh, was ist hier los? Wir zischen hier irgendwie die Kugeln um die, um die Ohren. Ach, hier sind wieder... Äh, ich weiß gar nicht, ob die... ...die hier vorne sind nicht nett. Ja, natürlich haben wir Gesellschaft. Mann, was bist du denn für ein Vollhonk? Verdammt! Gerade fing es an mir Spaß zu machen. Äh, na toll, jetzt... Das ging jetzt natürlich wieder schneller, als ich dachte. Ach. Das und das können wir... Das können wir auch noch mitnehmen. Äh, den Rest lassen wir. Schmutzige Klamotten brauche ich nicht. Äh, oh, Befehle, der Super... Was kann ich denn mit Befehlen, der Super... Ach, egal. Nicht fragen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Also einfach einpacken, das Zeug. Ähm, jetzt habe ich aber total... Moment. Einmal da und einmal... Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich zuerst hin soll. Ist jetzt aber auch, glaube ich, vollkommen wurscht. Ich nehme jetzt einfach das hier, weil ich glaube, das ist Mila aufbauen. Stimmt. Gebäude des Boston Bugle. Na denn? Äh, ich glaube, wir müssen da gar nicht rein. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass die Markierung irgendwo komplett anders war. Ähm, waren wir hier nicht auch schon drin? Stade können wir auch mal mitnehmen. Waren wir nicht hier schon... Waren wir nicht... Waren wir... Nee, oder? Waren wir hier drinnen? Hier, warte mal Platz hier. Oh, das Terminal ist kaputt. Oh, tut mir leid, dass ich... Nein, egal. Nein, tut mir nicht leid. Ähm... Moment. Moment. Ähm... Ich gucke mal auf der lokalen... Gehe zum toten Briefkasten. Okay, also sind wir doch richtig, anscheinend. Dann holen wir einfach mal den Aufzug. Und fahren mal mit dem nach oben. Oh, ich sollte hier besser aufpassen. Oh nein, was habe ich denn gemacht? Ich habe irgendwie... Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte vielleicht doch in Deckung gehen sollen. Oder auf meine Lebensanzeige achten sollen. Äh, ähm... Naja, es ist... Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So. Also nochmal. wir probiere es mal so Au, 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 au Wo ist denn mein Helfer, wenn man immer braucht? Na, ich glaub, Stimpaks hab ich genug, also da kann ich mich noch ein bisschen mit Sooo Oh, und wir haben Level Up Jetzt kann ich hier, ach, erstmal schnell hier natürlich Level Up Rang 3 Mods für Waffen Findest mehr Kronkorken in Behältern Nicht automatische Pistolen, achso Pistolen, nee, da hätte ich gerne was für Das da klingt eigentlich ganz gut und ich hoffe die Waffen Oder ist das das? Äh, Moment, Tab, was ist das hier? Angriffe mit nicht automatischen Gewehren Das ist das, was ich will Ich will endlich mal ein bisschen mehr Schaden auch machen Nein, komm wieder hoch, ich will dich looten Ach, verdammt Muss ich wahrscheinlich gleich erstmal wieder hinterher klettern Äh, ich dachte gerade, warum bin ich denn auf einmal so klein? Okay, was haben wir denn hier? Nucca Cherry, das ist doch schon mal gut Eine Kaffeetasse ist immer gut Kaffee auch, esso, trink So, Boston Bugle Artikel Terminal Ich bin mal sehr gespannt, was es hier gibt Erstmal das Passwort natürlich wieder knacken Komm, mach mal schneller hier Moon soon, ich probiere mal moon Drei Treffer Dann Das war ja einfach Äh, Copyright Boston Bugle 2077 Artikel dürfen ohne vorherige Genehmigung durch den Chefredakteur nicht reproduziert werden Akte des Mafia-Bosses Eddie Winter geschlossen Von Max Vacchio, Redakteur des Boston Bugle Die Polizei von Boston hat gestern Abend verkündet, dass sie sämtliche Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mafia-Boss Edward Eddie Winter eingestellt hat Eine Entwicklung, die für die Bürger von Massachusetts nicht nur überraschend kam, sondern für viele auch vollkommen unverständlich ist Captain John Whitmark vom BPD, Sprecher der Sonderkommission, die den Fall Winter bearbeitet hat, sagte Nach der gemeinsamen Prüfung der Beweislage mit unseren Kollegen von der Behörde für Alkohol, Drogen, Tabak, Schusswaffen und Laser Sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir falsch lagen Eddie Winter hat eine sehr bewegte Vergangenheit, aber eben keine kriminelle Hätten wir den Fall gegen Mr. Winter weiterverfolgt, wäre das eine Verschwendung von Steuergeldern gewesen Und die anhaltende Vorverurteilung eines Unschuldigen Diese Wendung kam für viele unerwartet Laut den Quellen des Boston Bugle im Boston Police Department ist der Unschuldige alles andere als das Wie die Ermittlungen von Captain Whitmark Codenärme Operation Winters Ende Äh, Winters Ende, Operation Winters Ende Ergeben hat, war Eddie Winter in jeder Art von Verbrechen verstrickt Vom einfachen Diebstahl bis hin zum Mord Und auch wenn es keine Beweise gab, gehen alle Mitglieder von Whitmarks Sonderkommission davon aus, dass Winter hinter der Ermordung von Miss Jennifer Lance steckt der Verlobten des Chefermittlers Was auch immer die Wahrheit sein mag, Boston hat offenbar Showdown mit China, das atomare Ultimatum Die kurze Antwort darauf lautet, nein Die längere, erschreckendere Antwort ist, dass wir noch nicht einmal erahnen können, wie groß das menschliche Leid noch werden kann Von Anchorage im eisigen Alaska bis nach Shantoo vor der Haustür unseres Feinds sind amerikanische Truppen in einem brutalen Krieg verwickelt Sie haben viele Leben verloren und viele genommen, eine fast unermessliche Zahl Aber nur fast, doch die Wahrheit ist, dass die Verluste noch zählbar sind Diese Konflikte sind auf eine unerklärliche, pervertierte Weise handhabbar, auch wenn sich das schrecklich anhört Dank Steuern und verschiedener Kriegseinnahmen konnten die USA eine Armee aufstellen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat Das gleiche gilt aber auch für unseren Todfeind China Und mit jedem ausgegebenen Dollar kommt die Frage, wofür dieser Dollar ausgegeben wurde Jede Kugel, jede Bunker knackende Bombe, jeder Leichensack Sobald sie im Krieg benutzt werden, wissen wir wie, wann und wo Aber die traurige und offensichtliche Wahrheit ist, dass die Tage des beherrschbaren Kriegs bald vorbei sein werden In den Köpfen der großen Anführer dieser Welt wurden diese Milliarden von Dollars nicht nur ausgegeben, sie wurden verschwendet Denn hier stehen wir nach 10 Jahren des Kriegs ohne Ende und ohne Gewinner in Sicht Welche Option bleibt den Supermächten also noch außer der Nuklearen? Und genau das ist das Problem Denn wenn China oder die USA ihre Atomraketen starten und ihre Atombomben abwerfen, dann wird niemand mehr da sein, um die Verluste zu zählen Niemand, der eine Seite zum Sieger erklären kann Und so bleibt nur eine Frage Gibt es eine Möglichkeit, wie die Supermächte die atomare Apokalypse verhindern können? Wenn es noch Hoffnung in der Welt gibt, dann müssen wir daran glauben, dass die Antwort Ja lautet Aber wir leben in einer Zeit ohne jede Hoffnung Uh, harter Tobak, was man hier so liest Hungerkrawalle in Boston gehen weiter von Buster Connolly Am Freitag spielten sich in Boston absolut höllische Szenen ab, nachdem Soldaten des 184. Infanterieregiments der US Army das Feuer auf unbewaffnete Zivilisten eröffnet hatten Zuvor hatte ein Unbekannter die Scheibe der Tafel von Roxbury eingeschlagen, was dazu führte, dass mehrere Personen aus der Schlange in das Gebäude stürmten Gestern Abend wurde bestätigt, dass mindestens vier Menschen getötet wurden Acht weitere sind verletzt Jonathan Corman, Sprecher der Army, wiederholte allerdings, dass die Soldaten entsprechend der Vorschriften gehandelt hätten Die Soldaten haben mehrfach deutlich mündliche Warnungen ausgesprochen Die Leute wussten genau, was passieren würde, wenn sie die Schlange verlassen, um die Tafel zu blündern Hunger ist keine Entschuldigung für den zivilen ungehorsamen Vandalismus oder wie in diesem Fall das Anstacheln zu Krawallen, durch die das Leben jedes Zivilisten in diesem Gebiet in Gefahr gebracht wurde Die US Army hat die Aufgabe, in diesen schwierigen Zeiten für Ordnung zu sorgen und genau das ist auch hier geschehen Ich möchte außerdem noch einmal betonen, dass die Soldaten des 184. Infanterieregiments seit zwei Tagen keine Rationen mehr erhalten haben, diese Männer und Frauen wissen also sehr genau, was Hunger bedeutet Diese Reaktion kennt das amerikanische Volk nur zu gut, denn gewalttätige Szenen wie die in Roxbury haben sich wieder und wieder im ganzen Land abgespielt Die hungernde Bevölkerung versucht verzweifelt an Lebensmittel zu kommen und ebenfalls, wie so oft zeichnen Zivilisten, die Zeuge dieser sogenannten Krawalle werden Ein ganz anderes Bild der Situation Die 85-jährige Hannah Henry stand in der Schlange vor der Tafel und behauptet, dass die Soldaten alles andere als Ordnung und Freiheit im Sinn hatten Sie haben gelacht, sie haben Witze darüber gemacht, wen sie zuerst erschießen werden Es war alles nur ein Spiel für sie Die Soldaten haben vielleicht erst geschossen, nachdem dieses Fenster zu Bruch gegangen ist, aber sie haben sich schon darauf gefreut Man kann nur hoffen, dass der Vorfall in Roxbury der letzte dieser Art sein wird, den unser Land verkraften muss Aber solange Amerika nicht die Kraft findet, die innenpolitischen Entscheidungen infrage zu stellen und die Bevölkerung zu ernähren, sieht die Zukunft düster aus Ich finde das eigentlich gerade sehr krass, weil Es war jetzt die Rede davon, dass es kaum noch was zu essen gibt, aber wenn du hier rumläufst, hier ist ja überall Essen Auch wenn das, ich glaube, da schon bis 23. Oktober 2077 Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher Weißes Haus weiterhin leer, wo ist unser Präsident? von Max Vecchio Seit über einem halben Jahr beleibt es im Westflügel von Amerikas bekanntestem Wohnhaus Dunkel Ein paar Arbeiter halten das Gebäude in Ordnung, aber seit Monaten wohnt dort niemand mehr oder leistet politische Arbeit Selbst das Pressechor des Weißen Hauses wurde aufgelöst, wenn auch nicht offiziell Trotzdem verlangt die Presse weiterhin eine Antwort auf die wichtigste aller Fragen Wo ist unser Präsident? Zunächst wurde angenommen, dass die gesamte Regierung der USA nach Raven Rock verlegt wurde Einer militärischen Einrichtung in einer Bergregion von Pennsylvania Einige Meilen nordöstlich von Camp David in Maryland Weitere Nachforschungen haben allerdings ergeben, dass weder der Präsident noch eins seiner Kabinettsmitglieder im letzten Jahr in Raven Rock waren Wenn also nicht Raven Rock, wo dann? Nach einer umfassenden und eingehenden Recherche hat der Boston Bugle die Antwort auf diese Frage gefunden Und die werden unsere Leser sicherlich gleichermaßen als schockierend und befremdlich empfinden Der Präsident führt unser Land von einer Poseidon Energy Ölbohrplattform aus, die vor der Küste von San Francisco liegt Sicherlich eine eigenartige Wahl für eine Kommandozentrale des Präsidenten, oder doch nicht? Nicht, zumindest nicht so sehr, wie es zunächst den Anschein haben mag Laut der Aussage einer gut informierten Quelle trägt die Ölbohrplattform die Bezeichnung Kontrollstation Enklave Was die lang anhaltenden Gerüchte über eine geheime militärische Schattenregierung stützt Die Enklave... Die gab's doch vorher schon Die Enklave genannt wird und im Falle eines Atomkriegs die Kontrolle über die USA übernehmen würde Das Geheimnis unseres verschwundenen Präsidenten wurde also endlich gelüftet Aber hat der Boston Bugle damit auch Beweise aufgedeckt, dass die Welt kurz vor dem Abgrund stehen wird Ersteht und durch einen Atomkrieg vernichtet werden wird? Das Schweigen des Präsidenten spricht hier wohl leider Bände Ja, die Enklave, die gab's doch tatsächlich zumindest in Fallout New Vegas schon Fallout 3 hab ich ja selber nicht gespielt, deswegen weiß ich's nicht Boston auf dem Weg zum ersten World Series Sieg seit 1918 von Buster Connolly Wie jedem Bostoner nur allzu schmerzlich bewusst sein dürfte, ist es noch 159 Jahre her Dass die Stadt einen Sieg in der World Series feiern konnte Ob Strikes, Fehler im Außenfeld oder ein Ball, der einem Spieler durch die Beine kullert Niederlagen sind seit Jahren unsere ständigen, unliebsamen Begleiter Aber nicht mehr lange In einer der spannendsten World Series seit Jahrzehnten konnte Boston eine 3 zu 0 eine 3 zu 0 Texas Moment, ich muss nochmal ganz kurz In einer der spannendsten World Series seit Jahrzehnten konnte Boston eine 3 zu 0 Texas herausarbeiten Keine Ahnung Ich hab nicht so viel Ahnung von Baseball, deswegen weiß ich nicht, was da hingehört Betting, Fielding und Pitching sind perfekt ausbalanciert Vor allem dank des legendären Trainers Dusty Wilder Und haben dem diesjährigen Team damit zum ersten Mal seit ewigen Zeiten eine Chance auf den Sieg eröffnet Noch ermutigender als die Tatsache, dass das 4. Spiel hier in Boston stattfinden wird Ist, dass das Team bisher noch nicht auf den Starpitcher Matt The Missile Murtock zurückgreifen musste Mit ihm auf dem Mount sagen einige nicht nur einen klaren Sieg für Boston voraus, sondern sogar eine zu 0 Klatsche für Texas Ja, seit Jahren haben die Stände in Boston Baseballfans mit Bier, Hotdogs, Erdnüssen und bitteren Niederlagen versorgt Aber am Samstag, dem 23. Oktober 2077 wird nur höhere Gewalt oder eine vom Menschen ausgelöste Katastrophe Boston noch den Sieg streitig machen können Morgen, meine Freunde, wird das Unvorstellbare wahr werden Und das Leben in Boston wird nie wieder so sein wie früher Alter Schwede, wenn der gewusst hätte, was der geschrieben hat, wenn ich mich nicht ganz täusche Einen Tag später sind die Bomben runtergegangen Ich kann mich natürlich auch gerade täuschen, was das Datum angeht, aber Alter Schwede, hätte er das mal vorher gewusst Dann hätte er das vielleicht nicht so geschrieben So, wir gucken uns hier nochmal kurz um Beacon Hill Nee, eigentlich, ich will doch nicht nach Beacon Hill Tür War Eigentlich, achso Na super, da hätte ich ja wirklich, da hätte ich ja jetzt tatsächlich runterhüpfen können Ähm Ich muss doch eigentlich nach oben Oh, hier ist noch ein Terminal Artikel Terminal, noch eins So, Passwort Ähm First Damn Earl Bomb Race Bomb Okay, kein Schreffer Dann ist es nicht So Verdammt ist Auch nur einer Äh, dann kannst Earl ist auch nur einer Äh Das hat aber nichts mit Damn Ja Ja Ähm Okay, das sind die gleichen Da brauchen wir nicht nochmal gucken Das sind genau die gleichen Artikel wie oben Was die hier alles haben Ich bin erstaunt, was die teilweise hier in den Zeitungen Das ist eine Zeitung Ich meine, das muss man sich überlegen Was die hier in der Zeitung Alles Auf Ah Verdammt Und hier ist ein technisches Dokument Ist Also Langsam bin ich an den Punkt angelangt Wo ich manche Sachen etwas Unrealistisch Finde Und nein Ich finde tatsächlich das Setting grundsätzlich nicht unrealistisch Auch wenn ihr das jetzt Anders sehen mögt Ich bin der Meinung Es könnte durchaus so passieren Okay Außer natürlich, dass alles im 60er-Jahres-Stil angehaucht ist Aber ihr wisst, wie ich das meine So, wir gehen mal hier nach Beacon Hill Weil anscheinend woanders geht es gerade nicht lang Und wie ich schon meinte Ich muss mir mal angewöhnen In den Ladescreens weiterzureden